Yeah! Oh mein Gott, what? Oh, Jimmy! Jimmy und Jimin! Oh mein Gott, I can't! Hello, Amis! Ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es gleich zwei BTS-Reaction-Videos. Ich habe vorhin zu BTS bei Jimmy Fallon mit der Performance Idol reagiert und jetzt reagiere ich auch ebenfalls zu The Tonight Show Staring Jimmy Fallon mit BTS, Jimmy Fallon und The Roots sing Dynamite. Yay! Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Kaum bin ich wieder in Deutschland, geht's auch richtig ab mit meinen Videos, also mit meinen Reactions. Ich habe ja auf Santorini kaum Videos gedreht. Ich glaube, zwei Stück habe ich gedreht und zwei vorproduziert, was im Nachhinein hochgestellt wurde. Aber in Deutschland lege ich wieder richtig los. Ihr kennt mich, ja. Okay, guys, are you ready? Let's go! Oh mein Gott, das sieht so gut an. Mit diesem Special Effect. Yeah! Oh mein Gott, what? Warte, 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 warte. Oh mein Gott, das ist mit Beatboxing. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, das habe ich gar nicht erwartet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, he looks so good. Oh, Jimmy! Yes! Rap King! Oh mein Gott, that's so cute. I can't. Das ist so cool. Oh, Jimmy! Jimmy und Jimin! Oh! Yes! Red match red. Er hat ein rotes Shirt an und ein roter Hintergrund. Wow! Boah, er ist so... Strahlt so eine Coolness aus, ne? Ja, hier werden nochmal alle vorgestellt mit Namen. Auch mega cool. Und alle! Oh mein... Oh mein Gott, das ist so cool. Oh mein Gott. Das ist so voll die coole Idee, ne? Auch weil das so bunt ist, gefällt mir das übelst krass. Ich feiere Jimmy auch mehr. Krass, ne? Oh mein Gott, I can't. Look at Jimmy. Genauso wäre meine Reaktion, ne? Weil tanzen, ich schwöre, ich verletze mich auch so oft, ne? Oder verrenge mir irgendwas beim Tanzen. I feel you, Jimmy. Oh mein Gott. Wow! Das ist so cool. Vor allem eine Alternative zu Corona, ne? Also wegen Corona können wir uns ja nicht alle treffen. Deswegen machen die es so, dass sie alles zusammenschneiden, finde ich mir. Cool Idee. So cool. Oh. Oh mein Gott, die sehen alle so süße und auch Jimmy, ne? Ich feiere ihn so krass. Er ist so ein krass sympathischer Moderator, ne? Und die Performance war einfach mega krass. OMG, was soll ich dazu sagen? Irgendwie habe ich damit gar nicht erwartet. Deswegen war ich einfach voll geschaut mit dem Beatbox. Ich dachte, das wäre, dass sie durchlaufen und die machen wie nur die Lippenbewegung mit oder so. Und ich wusste schon vorher, dass das so verschiedene Collagen sind sozusagen, ne? Dass das zusammengeschnitten ist. Aber diese Speedboxen, dass die es auf deren eigene Art und Weise die Melodie erstellt haben, hätte ich echt nicht gedauert. Ich finde es mega, mega cool. Und ja, Leute. Das war es auch schon mit meinem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und subscribe. Nicht vergessen, macht die Glocke an, um nichts zu verpassen. Folgt mir gerne auf Instagram, um ebenfalls nichts zu verpassen. Und Amis, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Vergesst nicht, bei dem anderen Video vorbeizuschauen. Link in der Beschreibung und see you.